Geht beides. Also jetzt bist du bei Twitch direkt live und bei YouTube geht es auch los. Okay. Ja hallo, also heute spiele ich mal. Wir sehen jetzt, hier steht jetzt Franklin. Ich habe jetzt hier auf der Karte schon einen Wegpunkt gesetzt, damit es bei der Hauptstory weitergeht. Und da fahre ich jetzt mal hin und gucke mal, was da passiert. Und ich überwachte es hier, weil jetzt machen wir gerade Twitch und YouTube gleichzeitig. Das heißt, es könnte dann sein, dass es dann irgendwann... Ne, es geht 30 Frames, jetzt ist er gerade für unter 30. Achso, und der Ton ist nicht an. Okay. Okay. Ähm... Nein. Ich wollte jetzt das Radio ändern. Achso, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Twitch zeigt es immer noch als Offline an. Okay. Ne, ich sage es nur für. Und wir kriegen nicht konstant 30 Frames hin. Das ist so duckelig. Ah ja. Hätte mal kommen sehen sollen. Da links ist ja so ein Haus bis nach Dathaus. Okay. Der PC ist auf jeden Fall am Kämpfen. Auslastung von 50 Prozent, 30 Prozent. All our queries have been answered well. Hello. I don't wanna know. Und ein Viewerhammer, hallo. Ich mache hier gerade Experiment. Aufnehme für YouTube und Screamer für Twitch, ob der PC das alles packt. Bisher gehts. Jetzt kann die Zuschauer gar nicht lesen, wenn du da redest. Hier spielt jetzt ganz eine meinte Story weiter. Also kein GTA Online oder irgendwas, sondern die Story einfach. Also wenn die Leute dich sehen, dann schaltet sie eher ein. So wie die eiliglichen. Warum? Wenn ich das Spiel interessiert sind. Wenn du eine Mädchen oder Frau verspielst, ist das besser. Aber du hast doch nie gedacht. Ich sehe dir преbeugierend aus. Kucke den Schnaps. encore eineсе. Ich habe schon gesteckt, Baby. Aber ich weiß, warum 된 tau publisher ab in der Pen das haben einen größer Branchen. Du bistin Deine consumer. Jais nachdenken occur genau. Du bist esArt Medicaid gewesen. Du kennst das, Mann. Du kennst das, Mann. Es ist gut, dass du nach Hause bist. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich hab dich hier. Du hast definitiv geholfen. Geholfen? Ey, ey! Yo, motherfucker, ich weiß, kleine niggas wie du bist, auf jeden Tag. Talking about being geholfen, ich versuche, Mann. Du hast keine muthafuckin' Respekt. Motherfucker, ich habe Respekt für Realität. Realität? Alles klar. Alles klar. Du denkst, das. Du denkst, das niggas. Du gehst. Du gehst. Fuck, du. Ich versuche, Mann. Das ist Trizatz. Komm, Mann. Cool out. Chill, Mann. This motherfucker get on my goddamn nerves. This niggas get on my nerves, too, Mann. What's... Part of the niggas charm, Mann. F, come on, Mann. This is a muscle movement. You gonna drive or what, Bill? Drive where? Pick up this heat, niggas. Why? Business, niggas. Real business. Come on, y'all niggas act like girls. Shit, not me. Shit. Ambulation, come on, let's go. Shit, homie. You gonna drop all that bread on that gear. You might as well get a haircut, too. Fucking crazy hair dude. Microphone, motherfucker. I got a microphone I can shove right in your prison pocket. Nigga, you walk like you keister and shit anyway. You know, when I went away, you punks was little homies, and I was a big homie. Now I'm out, and you little homies is big homies. But you still got a respect. Man, what the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Exactly. Man, that's some fucking pyramid skiing bullshit. Pyramids is good, man. Illuminati Pharaoh shit. You gotta watch out, fool. Hey. Hey. Hey, I'll have it right now. Ammi Nation. Armorer to the stars. Hey, what's up, man? Firing range is in the back, and all our weapons are customizable. Oh, hell yeah. You can trick your blam blam out up in here. Quit all that. Just straight up artillery, man. All right? Don't y'all shut the fuck up. I got this, you clowns. All right, homie. Get your shotgun with the flashlight modification. Why the fuck am I the only one buying this? Cause we got sheets, homie. Now shut the fuck up and come on. You gonna buy that shit I don't know nothing about? Now just let me reinstate, man, that the purchases made by this man ain't got nothing to do with the two gentlemen of fella nature. That's right. Yeah. Now let's go bust on some niggas. Take us down to that one spot where the base heads be taking their cans at. You know, on Friends in La Puerta. Man, fuck! You got some cans or some shit I don't know about? Nah, homie. We got ourselves a drug, dude. Why do I get the feeling it's gonna be one of them deals gone wrong type situation? Now see, that's that nigga in the interview that Mar was telling me about, nigga. You ain't get nowhere thinking like that. Lisa erzählt nicht so viel. Aber muss ja auch nicht unbedingt sein. Also, ich find's eigentlich auch mal spannend für Zuschauer, wenn man da nicht so viel redet. Weil manche, manche YouTuber oder manche Leute, die Twitch, die auf Twitch sind, die reden da immer zu viel. Und dann denkt man sich auch so, ja okay, das wäre geschickter, wenn er einfach still sein würde. Also, die ganze Drehungen hier vom Auto und so, die sind alle geplant, weil ich muss hier ja ein bisschen spannender machen. Eigentlich nicht. Eigentlich, wenn man einem professioneller Spieler zuguckt, hat's natürlich auch was. Ja, jetzt geht dann gleich der erste Zuschauer weg. Wenn du hier sagst, dass ich nicht professionell spiele. Ja, ich weiß nicht, wer es ist. Und keiner weiß, wer es ist. Das ist eine Schmerz. Ja, ja, ich siehs. Ich sage pass, was? Ich weiß nicht, was ich ist. Ich schätze sie. Die rote Punkte auf die Kappe verankert sind in der Nähe von der Kappe. Die sind in der Mitte reinlaufen. Die linke Kappe durch die linke Kappe durch die Diffense. Und die linke Kappe durch die Züge in der Nähe von der Kappe. Okay. Ja, so geht's nicht. Ah, die Person schaut immer noch zu. Also... Die linke Kappe durch die Diffenseckung und die linke Kappe durch die Diffenseckung. Die Kappe durch die Kappe durch die Diffenseckung. Ja, das ist... Nein. Wir können es ja so machen. Fünf Versuche und wenn es dann nicht klappt, dann mache ich es halt. Wie duckt der sich? Wie duckt der sich? Mit der rechte Bank. Mit der rechte Bank. Mit der rote Kappe. Mit der rote Kappe. Ja, wo ich links drückt dann. Die ist ja so. Mit der rote Kappe. Mit der Rote Kappe durch die Kappe durch die Kappe. Okay. Irgendein Trigger. Das ist ein Schicksal. Der überrichtet die Geschichten. Wie ist das? Darf der nicht direkt in die Leute rein auf? Die haben sie ja schon alle alleine gemacht. Bis zum nächsten Mal! Hey! Not me, nigga! These baller bitches rockin' Bombs now! Fuck! CTL for life! 7.30 FPS Nein! Guter Versuch! Guter Versuch! Oh, we're in the right corner! The left corner, shift! Look outside the menu! The left corner, shift! They say good! They say good! They say good, motherfucker, that ain't me! They say good! They say good! Let go, keep listings! Shit! Scheiße Ja Oh, das ist gut Und da hinten hinziele, weil da kommt ja klar einer ums Fünter Versuch Fünter Versuch Wir tun das was? Come on! Come on! Fuck! I said lay low after you got clucked You lay low, motherfucker, that ain't me I can see that This Chamberlain gangster family's here Oh yeah, bitch Niggas, get out of the lead Somebody gotta get blast, motherfucker Did you think to work out an exit while you set up this meeting? There's always a way out, motherfucker And we gonna find it Fuck Nein! Ja, das ist... Perkopfel Let's just say that's okay Let's just say that's okay Let's just say that's okay Come on, through here Let's just say that's okay Oh, that's okay Let's just say that's okay You handled that, fool Yeah, and I handled him again Many times as it takes, shit Also, it's just not 60 frames per second more, that's what I noticed That's what I noticed Keep down, fool Cover me, homie I'mma hit there You going first next time, no fool Shit, nigga, then we all be dead Not me, nigga Hey, boy Fuck, you fucking fucked Now clap these fools Now clap these fools Your homie, damn Fuck, fuck Did you think to work out an exit while you set up this meeting? There's always a way out, motherfucker And we gonna find it But I didn't shoot for the last one Man, I don't want two clubs, you asses falling down these stairs, fool They was a safety house before blood got spilled all over the place Fuck, motherfucker You're alive You're dead You're dead I need to shoot for the last one I want to shoot for this enemy Rass OK I'm right behind you! Man, it's all in here! Get my eyes up! Fuck that! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! That's a good shot! Man, it ain't hard for you! This is your business! Face this motherfucker! Fire! You see that shit? Well, move! Shit, we gotta fuck on this shit! Come on, little homie! Let's do this! Enough with all that shit! We on our way! Man, I suck! Damn, there ain't no more! Nigga, get out of here! Ow! They only got like two dudes left! Hey, man. Dumbass baby jeep! That's just a fool of me, man. Fuck you! You ain't creeping on up! Man, clap! Let's go to the fire, man. We go to the fire, man! To get out there. Hey, boy! We go to the fire! We don't get out there anymore! The Marine's level is on 3-0 Diese Scheiße sind auf dem Himmel, Dwarf! Wir sind nicht in der Nähe. Wir sind nicht in der Nähe. Wir kommen auf den Sportplatz. Ich muss irgendwo noch bohren, ich muss mal wieder gehen Noch so dahinter hoch, ja Das Ding fällt hinterher, oder? Ja, aber ich weiß gerade gar nichts Müssen wir jetzt wieder hochklettern? Ja Oder schließt den Helikopter auf? Ah, Moment Was machst du? Ich such den Aufstieg, aber irgendwie ist es so dunkel und ich... Mit X kletterte und hüpfte Ja, aber da ist doch das Gelbe und dann musste da irgendwo die blöde Leiter wieder sein Muss es da der Leiter sein? Habe ich da vorhin die Leiter runtergefallen? Die Leiter war ganz hinten In Rout Kletter doch mal auf die Rohre da Mit X, oder? Kann er das nicht? Und jetzt klettert er auf den A gegeben Und jetzt gucken, ob er da rechts hoch kommt Angriffen Angriffen Und irgendwo da links sind jetzt die Angriffen Mit der anderen muss ich ja hin Nicht so weit ziehen Ich muss hinverstehen doch die Angriffen Oh Gott Oh Gott Nein Vai Das ist so weit Das sind hinter drin x5 Nein Nein Man Nein Man 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 Ah, das klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Gut, das ist mir über den Kumpfrande anfangen, also für die Treppe hoch. Erste Versuch. Das war's für heute. Der macht irgendwie mehr Schade als die andere bei der anderen. Also als der Maid hier im Begriff. Hat der auch nicht Spezialfähigkeit? Im Auto kann ich nicht Zeit verwenden sein. Okay. Eigentlich kann er der Maid-Bötchen. Da ist ein Notausgang, da oben ist ein Hubschrauber. Das ist ein Notausgang. Das ist ein Notausgang. Kann ich nicht mehr so aufnehmen? Ja, das ist ein Notausgang. Ja, das ist ein Notausgang. Die Kuhn auf dem Schrotplatz. Ja, gut. Ich bin ja auch verschwunden gefahren. Ich sehe halt nichts. Ja, dann weiß ich mal wie es mir gerade eben ging. Die Polizei leuchtet uns ja den Weg. Ich muss die andere hoch. Und jetzt? Wenn du das hast. Passt! Da, Auto fahren. So schnell! Können wir mal noch mal einen Karten spüren? Nein, aufgefahren kann ich nicht. So, halt mal kurz. Machen wir kurz einen Cut für YouTube. Also YouTuber, bis gleich.